gefällt mir nicht ich brauche eine pause ich warte da drüben und denke darüber nach was sie später in mein tagebuch schreibe der junge nur immer in sein tagebuch gott sei dank heiße ich nicht gwendolen caduz jr sondern mal eine frage was war das für ein sirup geruch im thronsaal der sirup dieses abenteuer ist echt linear das stimmt allerdings sollten wir nicht ein paar verrückte gegenstände sammeln und sie mit zufälligen objekten kombinieren so wie es in anderen kapitel gemacht haben weißt schon dass dieses labyrinth bestimmt eine falle ist oder ich habe alles gesagt jetzt ist wieder zeit zu reflektieren was war das kann ich verschieben ach jetzt musst du ran ich muss gestehen ich war frustriert wegen der mangelnden teilnahme des jungen ich habe aber nichts gesagt damit es nicht in diesem tagebuch lande kannst du bitte mit dem schnipsen aufhören tut mir leid angewohnheit nicht ob es richtig auskommt ich kann mir sowas nicht räumliches denken ist bei mir irgendwie schlecht du tust es schon wieder du tust es schon wieder konnte klappen yes es muss nur wo bin ich okay okay das müsste Alexander bitte das geräusch bringt mich zurück an einen sehr dunklen ort redet doch miteinander ach ja ist es auch falsch sehe ich gerade aber so könnte es klappen wenn es richtig auskommt ich habe ein bisschen bedenken gerade ja kommt nämlich nicht richtig aus shit ach da kann ich rüber laufen okay schon wieder liegt der falsch rum man ätzend da geht es nicht so muss ich denn da haben sorry ich muss gerade mal also irgendwie wirklich so räumliches denken jetzt klappt es aber geht doch ich habe räumliches denken ich will sowas nicht nochmal nervt mich reicht mir langsam mit den ganzen Rätseln echt rätsellastig ich meine klar ist King's Quest immer aber das ist jetzt so halt so dieses ja halt auch Räume durchsteigen stellt euch nur vor was ihr erreichen könntet wenn ihr euch länger kennen würdet als wie lang ist das hier? 18 Jahre plus minus einige Schlüsselmomente ach nein so lange wart ihr voneinander getrennt tut mir leid manchmal bringe ich Zahlen und Daten durcheinander glaube ich dir nicht frech ist die oh Gott ich will sowas nicht machen wann sind wir durch? das sieht echt schwer aus bitte nicht ich kann nicht anders komm schon Paps das ist echt peinlich oh nein wie viele Schalter sind in dieser Falle? ist das die letzte Aufgabe? haben wir das Ende erreicht? kommen wir lebend raus? werden wir jemals unseren Bogen benutzen? vergib das Labyrinth Preise was wenn die Preise Jacken mit Aufschrift sind? kann dann auf unseren Duell Bogen Schütze stehen? wann machen wir einen Bordspielkampf? wie wäre es mit alle Tage die auf G enden? ist das nicht lustig? freust du dich zurück zu sein? ich schon welche Größe hat deine Krone? magst du Addenda? setzt du eher auf Tapferkeit, Weisheit oder Mitgefühl? du kannst wählen wie wir das Rätsel lösen solange wir es gemeinsam tun ja sohn wieso machst du das? das sah doch nach Spaß aus ich bin nicht wie du ich kann keine Rätsel mehr sehen ich auch nicht diese Magie ist gefährlich schau davor habe ich dich gewarnt dieses Schnipsen dieses furchtbare Schnipsen hat dich uns weggenommen und ich verbiete dir es zu tun verbieten? diese Magie ist ein Teil von mir wenn du das nur einsehen würdest wir sind doch keine glückliche Familie nur weil ich zurück bin ich habe keine Ahnung was diese Wandbehänge bedeuten ich weiß auch nicht wieso du darauf bestehst diesen lächerlichen Hut zu tragen wenn du keine Familie willst wieso bist du dann zurückgekommen? ich will einen Vater keinen Kommandanten ich bin keiner deiner Untergebenen wenn ich ein Sklave hätte bleiben wollen wäre ich beim Mananen geblieben vergleiche mich bloß nicht mit diesem Mann er hat dir deine Kindheit geraubt ob es dir gefällt oder nicht Papst ich bin erwachsen und du raubst mir meine Erwachsenheit so spricht man nicht mit seinem Vater Heiligseinsatz ich kenne diesen Namen nicht mal trennen wir uns und suchen die Frauen du auf deine Art und ich auf meine ich halte dich ja doch nur auf bitte verlass mich wieder weißt du was? du hältst mich wirklich auf das musste ja so kommen ich muss aber das Rätsel jetzt nicht alleine machen da habe ich nämlich keinen Bock drauf das war nämlich echt zu schwer ich gehe einfach durch die Tür es wird schon gehen der Junge hat es mir aufbereitet danke heben wir einen Teller für Pa auf ich habe ihm etwas gebracht aber er will nichts er ist zu sehr damit beschäftigt sich das nächste große Abenteuer im Geiste auszumalen das ist typisch für ihn sobald er an ein Abenteuer denkt gibt's für ihn nichts anderes mehr er ist motiviert wie eh und je das muss man ihm lassen ich habe es nie bereut meine Abenteurerstiefel abzulegen so hatte ich viel mehr Zeit um meine Tochter groß zu ziehen stimmt's nicht mein kleiner Knuddelschatz hör auf Papa das ist mir peinlich ach komm schon Alexander wir waren auch Abenteurerkinder und haben uns gut gemacht ach du weißt was ich meine sieh dir nur Gart an er war schon immer ein Abenteurer und er macht sich doch prima als Prinz wenn ich das mal so sagen darf ja danke für die Worte Mutter ach ich hoffe du nimmst Gwendoline bald auf ihr eigenes Abenteuer mit es liegt ihr eben im Blut du kannst sie nicht ewig beschützen sie kann sich in Gefahr begeben sobald sie älter ist auf den grünen Inseln regeln wir die Sachen anders das stimmt allerdings nicht genug Addenda und viel zu wenig Erlässe verzeiht die Unterbrechung, Milady ist gut danke Gart das Zimmermädchen hat den hier in deinem Papierkorb gefunden ich nehme an ein Versehen ja ein Glück, dass sie ihn gefunden hat ich hatte schon überall gesucht er muss vom Tisch geweht worden sein gib her ich bring ihn nach dem Essen weg schon gut das mache ich selber morgen früh Gart du solltest deine Fenster doch geschlossen halten es zieht sonst immer so reißt du mir bitte die Erbsen Gart hast du Gwendoline nicht gehört? oh Verzeihung ich dachte da piepst eine kleine graue Maus im Hof was hast du gesagt? ich habe dich gebeten mir Gart bitte gib deiner Cousine die Erbsen die kleine Hoheit soll sie sich selbst nehmen ich bin nicht ihr Diener dir sollte es eine Ehre sein Kinder das ist genug hier bitte mein Schatz war das zu schwer? so und jetzt werden wir friedlich miteinander essen danach müsste Großvater mit allen sprechen ich hasse diesen Lavendelduft wenn ich König bin werden wir diesen Mist nie wieder servieren oh erzähl mal Gart welche Eigenschaften besitzt du um ein guter König zu sein? also zum einen bin ich in diesem Schloss aufgewachsen und habe gelernt wie man ein Königreich führt ganz im Gegensatz zu anderen Kindern die nur von Abenteuern fantasiert haben Jungs mir gefällt nicht in welche Richtung das läuft Devontree ist unsere Heimat Alexander du bist mit einer Prinzessin abgehauen um über ihr Reich zu herrschen wer sonst außer Gart hat denn das Zeug zum König? keine Ahnung Kyle soll ja große Pläne haben Kyle? also Onkel jetzt wirst du albern wenn das der Respekt von Adelskindern gegenüber Älteren ist dann bin ich froh dass Gwendoline und ich nicht im Schloss aufgewachsen sind was? also ist deine Familie zu gut für Devontree? für mich wäre es eine Ehre König zu sein und für dich ist es nur eine Last? hör doch auf Gart! nein! du bist ein kleines Mädchen ein verträumtes Ding wenn du Großvater nicht immer zu seinen Geschichten ermutigen würdest hätte er vielleicht gemerkt dass ich der einzig Richtige bin setz dich du beschämst unsere Familie du bist nicht mal halb so gut wie Großvater und er würde sein Königreich niemals einem verwöhnten gedankenlosen Kind anvertrauen ich mag ja noch jung sein aber du musst erstmal erwachsen werden verlaum ihr beruhigt euch jetzt wohl am besten auf euren Zimmern und zwar alle keiner wird Großvater sehen solange noch Streit herrscht Opa kann ich reinkommen? Gwendoline nein du hast Omas Anweisung nicht befolgt sie hat die ganze Familie auf ihre Zimmer verbannt weißt du was das heißt? dass ich wieder auf mein Zimmer gehen und lieber Tagebuch schreiben soll nein das heißt nimm dir einen Stuhl denn ich kann endlich ohne Unterbrechung zu Ende erzählen ich habe eine Grenze überschritten oh ja auch in der Geschichte wird die ein oder andere Grenze überschritten ach herrje ist der Bart übertrieben? meine Frau sagt er kratzt aber ich finde ihn würdevoll wieso fragst du sie das? wie lange arbeitet ihr schon hier? ich habe es nicht also wo kommt ihr her? gibt es hier einen Picknickplatz? ich will nur gucken was er fragt ok das war's du belästigst alle Leute ok cool oh schenke diesen Statuen keine Beachtung das sind nur Abenteurer die nicht so schlau waren wie ihr ha verrückend ich habe den Hebel da unten nicht gezogen soll ich das mal machen? wenn er da ist muss man ihn ziehen oder ist das überhaupt ein Hebel? nee gar nicht eine Sonnenruhe? hm ok nicht sehr hilfreich ohne dieses ganze Zusatzgewicht wird euch dieses Rätsel leichter fallen euer Majestät oh gemein ok ok muss ich was muss ich tun? was muss ich tun? äh ah ist es so einfach? doch sehr wahrscheinlich nicht oder? mhm 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 jetzt alle einsammeln? boah okay also muss ich aber wieso habe ich die Optionen auf drei Wege Oh, da verstehe ich das gerade falsch. Jetzt lese ich das wieder da drüber. Ich nehme an, dass ich nicht einfach hier durchlaufen kann. Kann ich schon, aber dann wäre ich wahrscheinlich wieder versteinert. Oder vereist. Oh, das ganze Zusatzgewicht wird euch dieses Rätsel. Ja, ja, ja. Ich verstehe nicht ganz. Das kann ich auch nicht? Das kann ich auch nicht zusammen sammeln. Es geht ja aus. Also irgendwie dieses Licht. Was bringt dieses Licht? Dann soll es das denn spiegeln? Ich verstehe jetzt gerade nicht. Ich kann auf beiden Seiten was machen. Soll ich das jetzt auf der rechten Seite machen? Oder auf der linken? Na, ich kann es ja einfach rüberlegen. Also. Verstehe ich nicht. Ich meine klar, die Wand muss wieder hoch, dass die Tür runterkommt. Weil so komme ich da ja nicht dran. So kann ich den Lichtstrahl auch nicht aktivieren. Und dann? Ja. So kann ich den Lichtstrahl auch nicht aktivieren. Ich kann das nicht aktivieren. So kann ich den Lichtstrahl auch nicht. Aber das ist es nicht so. So kann ich das jetzt noch mal wiederholen. Also wenn du das nicht mehr andet, so kann ich das nicht mehr auf dem Stelle verschwinden. So kann ich das nicht mehr auf dem Handy. Dann müssen wir nicht einfach mal wiederholen. So würde es ja in der Theorie gehen. Kann ich irgendwas aussuchen? Ne, funktioniert so nicht. Müssen alle Steine liegen? Weil die sind ja nicht pink, die sind ja rot. Es gibt ja auch keine sich über kreuzenden Linien. Wo stehe ich nicht? Es ist also überhaupt keine Erklärung mehr dazu gibt. Schreibt mir gerne mal rein, ob ihr das sofort verstanden habt. Also ich schnall's nett. Machen wir das jetzt halt mal so dran, wenn es sich spiegeln muss. Keine Ahnung. Mach jetzt das gleiche nochmal wie gerade und mach die Tür nochmal. Ich werde die anderen ja loswerden müssen. Die anderen Steine nehme ich an. So. Leuchten die ja darüber. Das funktioniert ja nicht. Hä? Das Rezept war etwas Besonder. Ja, ja. Ja, ja. Aha. Muss es das wieder spiegeln? Aber es ist... Ah, okay. Ah. Ach herrje. Ich glaube, ich verstehe ungefähr. Okay, doch. Ich glaube, so langsam habe ich es verstanden. Ich muss es doppelt bauen. Ich muss es einmal bauen wie hier und dann muss ich die Spiegelung davon auf der anderen Seite bauen. Dafür muss ich dann doch auch noch mehr... Also, ich habe drei hochgehende. Vier. Ja. Und querliegende. Okay. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. So. Ja, ja, ja. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich das hier so richtig mache. Habe ich zwei querliegende oder nur hoch? Nur eins, zwei, drei. 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 Okay. Wann, ich muss nochmal kurz über meine Tasche gucken? Zwei, drei. Zwei. Zwei, drei. Hä, wenn ich nur eine von denen habe? Ich habe nur eine horizontale? Ach, natürlich, die muss in die Mitte. Klar. Nee. Wenn sich das doch spiegeln muss, wie soll ich das denn darstellen? Ich habe nur eine horizontale? Eins und eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Hä, was macht denn die Vertikale dann? Das schnall ich nicht. Ich muss noch mal kurz was gucken. Ich brauche doch trotzdem eine Spiegelung davon und ich brauche doch mindestens zwei. Oh je. Falsch. So funktioniert es. Okay. Nee, das macht keinen Sinn. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir das hier so aufbaue. Aber ich sehe auch das Licht dann nicht mehr. Nachdenken, was macht Sinn? Es ist ja wirklich das genaue Spiegelbild davon. Ich kann es natürlich auch zeitgleich aufbauen. Ich brauche das Licht doch gar nicht. Wenn ich den einen Stein da hinlege, muss ich den anderen Stein auch auf der anderen Seite hinlegen. So kann ich es machen. Also genau spiegelverkehrt. Aber dann weiß ich nicht so genau. Vielleicht brauche ich auch gar nicht alle Steine. Okay, falsch. Ich will nur schauen, ob ich auch... Doch, das geht auf. Ich weiß nur gerade nicht, ob ich nicht die anderen auch brauche oder ob die einfach nur irreführend sind. Also so geht es schon. Das Rezept war etwas... Ja. So, in der Theorie sollte das reichen. Fragt sich nur, ob ich alle Steine ablehnen muss. So. Ich habe ja einen über. Das ist ja Quatsch. Deswegen muss das hier so gehen. Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Sorry. Boah. Funktioniert. Wollten wir den einen Stein einfach mal? Ich sag's nur ungern, aber allein ist es viel leichter. Es ist ja Fraser und um andere. Isso veramente gut. Ich bin... Ich bin goddamn es. Ich bin Minecraft.